Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst hast. Fang endlich an! Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Wenn du was willst, mein Junge, dann musst du es dir nehmen. Verstehst du das? Du musst dafür kämpfen. Geh rein und versuch es. Ich weiß, du besiegst dich. Aber selbst wenn du es nicht schaffst, was soll's? Dann verlierst du. Solange du aufrecht verlierst wie ein Mann, ist das kein Problem. Denn damit bewahrst du dir die acht und jahre. Ich garantier dir, wenn du da nicht rein gehst, wird es dir leicht. Du wirst es dein Leben lang bereuen und das ist schlimmer als jede Niederlande. Wenn du was willst, mein Junge, dann musst du es dir nehmen. Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst. Fang endlich an! Fang endlich an! Fertig! 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 Wenn du was willst, mein Lieber, dann musst du es dir nehmen. Verstehst du das? Du musst dafür kämpfen. Geh rein und versuch es. Ich weiß, du besiegst ihn. Aber selbst wenn du es nicht schaffst, was soll's? Dann verlierst du es. Solange du aufrecht verlierst wie ein Mann, ist das kein Problem. Denn damit bewahrst du dir die Achtung der anderen. Ich garantiere dir, wenn du da nicht rein bist, wird es dir leicht tun. Wirst es dein Leben lang bereuen, dass es schlimmer als jede Niederlande ist. Das ist dein Leben lang. Wenn du was willst, mein Lieber, dann musst du es dir nehmen. Verstehst du das? Du musst dafür kämpfen. Geh rein und versuch es. Ich weiß, du besiegst ihn. Aber selbst wenn du es nicht schaffst, was soll's? Dann verlierst du es. Solange du aufrecht verlierst wie ein Mann, ist das kein Problem. Denn damit bewahrst du dir die Achtung der anderen. Ich garantiere dir, wenn du da nicht rein bist, wird es dir leicht tun. Du wirst es dein Leben lang bereuen. Und das ist schlimmer als jede Niederlande. Es wird langsam Zeit, dass du was für dich selbst hättest. Fang endlich an. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Wenn du was willst, mein Lieber, dann musst du es dir nehmen. Verstehst du das? Du musst dafür kämpfen. Geh rein und versuch es. Ich weiß, du besiegst ihn. Aber selbst wenn du es nicht schaffst, was soll's? Dann verlierst du. Solange du aufrecht verlierst wie ein Mann, ist das kein Problem. Denn damit bewahrst du dir die Achtung der anderen. Ich garantiere dir, wenn du da nicht rein gehst, wird es dir leicht tun. Du wirst es dein Leben lang bereuen. Und das ist schlimmer als jede Niederlande. Ja.